Hier ist meine perfekte, beliebte Schwester. Ups, sie ist gestolpert. Mary, wie könntest du nur? Die Prüfung ist morgen. Ich muss lernen. Hättest du die Mühe? Ich werde Spaß haben. Wie du meinst. Bleibst du zu Hause? Ich gehe auf eine Party. Mary hat die ganze Nacht durchgemacht, um für die Prüfung zu lernen. Und Claire hatte eine Menge Spaß. Lasst uns loslegen. Aber nicht mit der Prüfung. Jeder bekommt eine Eins plus. Yeah, ich wusste es. Nein, es war alles umsonst. Eine Bananenschale. Claire, du gehst zuerst. Okay, ich gehe einfach herum. Es hat geklappt. Autsch. Die Sonne nervt. Wie soll ich denn so einschlafen? Aber Claire hat wie immer Glück. Wer wird meinen Schal aufheben? Oh, dieser Schal hat Claire. Oh, dieser Schal hat Claire. Oh, wow. Gib mir den Schal. Ich werde den Claire zurückgeben. Oh, Jungs. Jetzt streiten sie sich schon um meinen Schal. Ich kann das auch. Sie werden sich darum streiten. Hey, hört auf, darauf zu treten. Mein armer Schal. Endlich. Ein Fan hat ihn aufgehoben. Brauchst du diesen Schal? Ich benutze ihn als Lappen, okay? Danke. Willst du ein Selfie machen? Klar. Das ist mein bester Winkel. Mal sehen. Was? Wie geht das? Oh, Claire. Meine Traumfrau. Ich fange den Kuss auf. Nein. Kuss, komm zurück. Das passiert jedes Mal. Dann bekomme ich einen Luftkuss. Oh, endlich. Wer ist mein Prinz? Ups. Sorry, Leute. Ihhh. Ich habe einen Sandwich-Cook bekommen. Ist das eklig. Ich habe ein weiteres Level geschafft. Oh nein. Mein Akku ist leer. Tolle Idee. Ups. Der Strom ist ausgefallen. Mein Smartphone wird aufgeladen. Was? Hm. Ein leckerer Kaffee ist eine tolle Art, den Tag zu beginnen. Hm. Uh. Ich nehme einen Kaffee. Was? Hä? Bohnen und Zucker? Warum? Jetzt kommt erst das Wasser. Das ist zu spät. Ich werde trotzdem Kaffee trinken. Was ist denn mit Mary los? Claire hat vergessen, ihre Kamera auszuschalten. Da ist ja gar nichts zu sehen. Was soll das bedeuten? Warum sollte Claire so ein Video auf YouTube veröffentlichen? Das muss trendy sein. Was ist hier los? Wow. Ich habe aus Versehen ein Video aus meiner Tasche gepostet. Und es hat Millionen von Likes bekommen. Claire, Glückwunsch. Wir schenken dir einen Diamanten-Play-Button. Glückwunsch, Claire. Wow. So sieht also Erfolg aus. Claire, du bist die coolste. Ich kann auch ein Beauty-Flogger sein. Abonniert meinen Kanal. Speichern. Und hochladen. Komm schon. Ich will berühmt werden. Hier ist der erste Kommentar. Was? Sie wollen, dass ich das Video lösche? Ich werde lieber den Kommentar löschen. Ist sie das? Sicher? Okay. Das ist für dich. Oh, danke. Ich freue mich so. Gern geschehen. Was? Das ist kein Diamant-Play-Button. Lösche dieses Video und film nie wieder etwas. Die Tür geht nicht auf. Ups. Versuch du es. Geh rein. Ich habe keine Chips mehr. Ich mache noch eine Tüte auf. Hm. Und Soda. Lecker. Ich nehme eine gesunde Banane. Das reicht. Was? Bin ich allergisch dagegen? Warum? Bist du allergisch gegen Bananen? Lea, kriege ich ein Autogramm von dir? Du bist so cool. Wir lieben dich. Ich will auch eins. Ich auch. Danke, Claire. Ich wünschte, die Leute würden mich auch nach einem Autogramm fragen. Wenigstens einer. Wow. Ich gebe dir ein Autogramm. Was? Mary, das ist ein Test. Ich brauche deine Antworten. Nicht dein Autogramm. Was für ein Loser. Ich besorge Lottos Scheine. Danke. Das ist die Gewinnkombination. Oh, Mist. Das kommt vor. Oh. Lea, du musst es versuchen. Na los. Mhm. Oh. Wow. Ich habe gewonnen. Wirklich? Hm. Glückwunsch. Das ist dein Preis. Hahaha. Ich habe das Los bezahlt. Also gehört der Preis mir. Mhm. Oh nein, Scheine. Verlass mich nicht. Ich habe alle eingesammelt. Jetzt werde ich nirgendwo mehr hingehen. Hey. Zeit für ein Selfie. Ew. Ist das ein Pickel? Ich werde ihn abdecken. Ich bin dran. Und? Oh. Da ist noch einer. Oh Mann. Mein Gesicht. So schlimm sieht es doch gar nicht aus. Ich werde es so lassen. Was? Ich habe kein Wasser mehr. Chat? Warte, meine Königin. Bin gleich wieder da. Hier ist ein Getränk für dich. Das will ich nicht. Und dieses hier? Ja, das ist okay. Danke. Oh. Dieser Trick mit dem Wasser ist toll. Trink aus, Pflanze. Chat. Ich habe auch kein Wasser mehr. Da drüben gibt es einen Wasserspender. Was soll's. Hey. Da ist ja gar kein Wasser mehr drin. Das ist nicht fair. Ich wette, ich treffe den Mülleimer mit geschlossenen Augen. Nur zu. Volltreffer. Was? Ich kann das auch. Flieg. Oh. Ups. Hä? Getroffen. Nee. Hm. Claire liebt Sandwiches. Aber sie hat gar keine Manieren. Ich muss schnell ein Foto machen. Hä? Was? Posiert sie etwa? Wie macht sie das nur? Willst du was? Nein. Was für ein langweiliger Spind. Spinddesigner. Komm und hilf mir. Wow. Gold. Danke. Warte. Mein Spind braucht auch ein Update. Klar. Pappe. Los nicht. Hier ist der neuer Spind. Hi, Mädels. Oh, hi. Hi. Oh, mir geht's gut. Ich muss los. Wie peinlich. Schere, Stein, Papier. Ich hab gewonnen. Los, nochmal. Versuch, deine Augen zu schließen. Schere, Stein, Papier. Du hast verloren. Okay. Du fängst an. Papier. Schere. Oh nein. Meine Hand. Ich lass es lieber. Zeit, aufzustehen. So früh. Nee. Ich werd noch ein bisschen schlafen. Haft zu klingeln. Au, mein Finger. Das tut weh. Ich weiß. Eine Brille. Und eine Mütze. Hey, Kumpel. Da ist jemand, der noch mehr Pech hat als ich. Ich weiß, das kann er nicht tunthет sein. Whatever, was ichart dass, was ich weil ich. Also, die Ereignisse in der Sohn erneслиよろしく. Auf vacuum. Damit ich, was ich ver gespannt war. Das macht mich hier über dasַg情 choose.